Durch die Straßen von Penang, Malaysia. Dies ist Malaysia, meine Damen und Herren. Und es sieht hier auch schön tropisch aus, mit Palmen. Ja, das muss sein. Das sieht schön aus hier. Ja, und ja, hier bin ich in Malaysia. Und ein neuer Ort zum Erforschen. Ein neuer Ort, um sich einzuleben. Ich mag dieses deutsche Wort, sich einleben. Ja, wenn man sich irgendwo einlebt, heißt das, dass man sich an einen Ort gewöhnt. Ja, wenn man sich an einen Ort gewöhnt, dann lebt man sich ein. Und ich lebe jetzt schon seit einer Woche hier. Die meiste Zeit war ich krank. Jetzt bin ich zum Glück wieder gesund. Und jetzt habe ich Zeit, Penang zu erforschen. Und es ist ein schöner Ort. Wir sehen jetzt nur die Straße hier. Aber es gibt auch viele Hügel. Ja, und diese Hügel werde ich am Wochenende erforschen und besteigen und ein bisschen fit bleiben dadurch. Ja, und auch ein bisschen Filmen von der Natur dort. Okay, danke fürs Zuschauen. Dies war Penang, Malaysia. Also zumindest die Straßen von Penang. Okay, bis dann. Tschüss.